Hi Leute, grüß euch. Schönes Double Feature habe ich wieder rausgesucht heute für euch. Spiele, die man nicht so oft sieht. In der Kombi sowieso nicht. Aber auch sonst nicht im Einzelspiel. Das ist das Northern Delight. Das ist ein schönes Scatter Spiel. Wo man nur mit sieben Symbolen dann am Schluss weiterspielt beim Scatter. Und dann halt den Desert Dancer. Den kennen wir ja mit der Wunderlampe. Vielleicht kriegen wir was. Schauen wir mal. 2x 80 Cent. Hier haben wir genug Geld drauf. Da habe ich noch Cash Games drauf. Action Games. Alles geht ab. Da pimmelt es gleich. Schauen wir mal was das ist. Er pimmelt hier. Mit dem Schuhchen. Ja da hat sich doch clever siebenmal über 880 erpimmelt. Das ist doch super. Ja Leute ich habe zwei Vision Wand gekauft. Ihr kennt die Gehäuse Vision Wand. Zwei Stück. Stehen bei mir hier eingelagert. Und ja gehen demnächst auch in die Reparatur. Bin ich mal gespannt. Ob ich die hinkriege. Also einen werde ich behalten. Einen wird mein Kumpel bekommen. Und dann habe ich nochmal zwei Multis. Vision Wand. Das ist der mit dem Bügel unten. Sau schwer die Dinger. Oh jetzt. Viel schwerer wie die Ergoliner. Also die sind brutal schwer die Vision Wand. Haben auch die größeren Monitore drin. Schau ich mal. Ob ich da mal ein Video mache wenn ich ihn habe. Das dauert aber ein bisschen. Ich denke, es sieht gut aus. Wie war es? Es ist wichtig. Ich weiß, was helbholt. Also helbholt. Ich glaube mir, es ist nicht wichtig. Irgendwo wrong ist das so einfach. Immer wie zerstört. Und dann die Leute wieder. Wäldig war es dann ein paar Mal. Ich glaube, es ist einfach sicher. Ich bin nachdenken. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, da haben wir die Freispiele, da drüben das Kännchen, das Kännchen und hier die Freispiele, die Freigames. Oh, das sind ja wieviel? Ach Quatsch, 3 Delights waren es jetzt, genau. Und jetzt werden wir nach über 300 Gramm auszahlt, ich denke. Schauen wir mal, wahrscheinlich ballert er uns jetzt zu. Ja, so ein schönes Aufdeckspiel, wie es auch schön an den Eurolines gibt. Oh, wiederholen, eine Verlängerung der Freispiele. Toll. Müsst hier unser Desert Dancer noch was geben. Ja, ich bin. 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 Oh, uh. Und wiederholen, einen rudル A Buck. Schüchen! 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 Oh, Belängerung! Wie ein Gras! Oh, fast die Kamos! Musik 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 Gkyt Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Na ja, mit 80 auf 45 war es nicht der Weltrekord, aber Verlängerung und ein bisschen Geld dazu, alles schön. Schauen wir noch ein paar Minuten und dann machen wir noch ein anderes Video, weil mein Tier 5 hat gerade gebucht. So, da pendelt es wieder. Ja Leute, ab zu meinem Standardsprüchler. Lasst mir ein Abo, Like da, Daumen nach oben, nette Kommentare, Wünsche, Anregungen, Spielkommis. Jetzt kriegen wir hier noch die Freispiele. Ah, schade. Ja, sowas sieht man nur bei mir. Verrückte Kombinationen von Spielen im Double Feature. TR5 auch immer dabei. Schöne Gewinne, immer Live-Gewinne. Ja, macht es gut. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ich buche noch ein bisschen, zocke noch ein bisschen. Wir sehen uns.